Ich bin in der Aggregion in Sizilien geboren, wo man die beste Pizza macht. Bei uns ist die Pizza eine Kunst. Eine beste Pizza braucht die besten Zutaten. Die Kunst liegt im Teich, non compromisso. La Fjord di Latte Mozzarella, de Special Soze und de Special Teich machen die beste Pizza. Zu jeder Pizza gehört eine gute Wein. Salute! 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 Salute!